Es geht wieder aufwärts mit Jan Fröhlich. Der tschechische Badminton-Spieler des BC Utzwil hat mit einer hartnäckigen Fussverletzung zu kämpfen und ist darum in der Nationalliga A für ein paar Runden ausgefallen. Doch jetzt ist er wieder auf dem guten Weg zurück. Ja, jetzt geht es mir ganz gut. Die Kondition ist noch nicht dabei. Ich arbeite jetzt daran. Aber ich bin froh, dass die Verletzung wieder okay ist. Ich hatte eine Verletzung in meinem Fuss. Ich habe mein Fussgelenksband angerissen. Den lädierten Fuss merkte Jan Fröhlich zwar noch etwas beim Spielen, vom Training halten ihn hier aber nicht mehr ab. Er will für die laufende Natia-Saison wieder fit werden. Als Spielertrainer will er zusammen mit seinem Team erneut Playoffs erreichen. Also in der Tabelle unter die ersten vier kommen. Es wird ganz knapp. Die Teams, die auf dem Platz Nummer 4, 5, 6 sind, sind wirklich knapp voneinander. Aber ich denke, wir haben eine gute Chance. Wichtige Spiele stehen also an. Und in diesem hofft der Badminton-Club Butzwil auf einen starken Jan Fröhlich, so wie früher noch.